Hallo, hier ist der Pikmin Fan Club und wir spielen jetzt Dragon Quest 9. Tja, unsere heutige Mission ist es, ein bestimmtes Monster zu finden. Es findet sich, glaube ich, nur in Grotten, also Schatzkarten. Es ist der Dunkelsteinschleim, dieser kleiner Kerl hier. Kein einziger Zauber fügt diesen Superschleim Schaden zu. Sie greifen ihre Gegner mit tödlichen Schaltchenstrahlen an. Ja, hört sich doch nicht so krass an. Aber ich habe ihn nur einmal besiegt, aber kann mich nicht daran erinnern. Also gehen wir ihn nochmal aufsuchen. Denn da gibt es ja auch diese Mission, die man mit diesem Kerlchen tun muss. Wo man ihn besiegen muss und eine spezielle Axt bringen muss. Ich glaube, es ist zu Stinsbrook. Aber wir beschäftigen uns jetzt mal nur um diesen Schleim. Wo man ihn besiegt, wie man ihn besiegt. Also, ich bin in einer Grotte Stufe 49, glaub ich. Ja, müsste so sein. Ja, ja. Oh nein, 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 nicht diese. Die kann ich überhaupt nicht aufstehen. Scheiß, Koba, Kardinal. Oh, gut, der ist schon der Nächste. Ja, verpiss dich. Oh, Schatztruhe. Nein, nein, nein. Heute steht mir wirklich alles im Weg. Bitte nicht angreifen, bitte. Um Gottes Willen, lauft mir doch meinen Frieden. Okay, und jetzt schnell durch. Ach, das geht... Oh. Ich fange gleich an zu weinen, Mann. Verpisst euch da. Oh, ja, gut. Ja, noch eine Kralle, ne? Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich wirklich, wirklich schnell fertig. Nein, 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 der steht mir jetzt nicht im Weg. Komm. Die Treppe, yes. So, und jetzt, ähm... Wir sind jetzt in der Stufe... Etage 9. Jetzt fangen wir an, mal diesen Kerlchen zu suchen. Ich glaube, oder ich fühle es in meinen Adern, dass er hier in der letzten Stufe ist. Suchen wir ihn mal auf. Oh, was haben wir da? Schwermetall und ein Oktogoblin. Ey, das ist ja krass, Alter. Oh, oh, da haben wir ihn. Oh. Oh, Mist. Ach, verdammt. Tja, dann müssen wir zu den Härten mitholen gehen. Äh, ja. Die gab es jetzt, das müsste ich nicht. Wow, 96. Kein, nicht, kein schlechter Schaden. Ah, schleimige Kröte da. Ja, genau, ja. Stirb du ruhig. Du auch. Was? Ja, naja, so stark ist er wahrscheinlich nicht. Glaub ich auf jeden... Glaub ich mal. Nein. Oh, Mist. Der nimmt ja viel Schaden ab. Der kleine Dreckschleim. Oh, Mist. So, jetzt machen wir nochmal einen Falkenheb. Oh, damn. Boah. Der ist ja krank. Verrückt in der Birne. Oh, das hast du nicht gemacht. Nein, das hast du nicht gemacht. Na, los, stört doch endlich. Ich lasse mich zufrieden. Yes, er ist tot. So, jetzt noch diesen... ...verfetten Junge. Stirb du ne. Keiner will... Keiner will dich. Keiner will dich haben. Ja, verpiss du dich, ne. Ja, das war ein, äh, Dunkelsteinschleim. Der ist, äh... Oh, Schleimtropfen. Der ist schon nicht schlecht. Ja. Sonst, hm. Haben wir nach dem Oktogamming gesehen. Also, das hier war die Schatzkarte Stufe 49. Und der Boss, denke ich... Oh, nein, 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 nein. Also, wie gesagt, ich, äh, amüsiere mich jetzt hier. Der Boss war der Volatär. Und wir sind jetzt ab. Also, auf Wiedersehen. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Oh.